Die Fuseco Gruppe stellt ihr neues SCK Speisersystem für den Handformguss vor. Diese Neuentwicklung basiert auf einer modularen Bauweise, die es ermöglicht, durch gezielte Kombination von einigen wenigen Komponenten eine Vielzahl an Speisern zu kreieren. Dabei wird der Modulbereich von 4,5 bis 6,9 cm abgedeckt. Das SCK Speisersystem setzt sich aus drei Grund- und diversen Zusatzkomponenten zusammen. Diese werden ohne Verklebung durch ein Stecksystem verbunden und können direkt in der Form montiert werden. Die Grundkomponenten beinhalten ein hochisolierendes Unterteil aus einer Kalminrezeptur, durch dessen Einsatz eine minimale Aufstandsfläche und ein sehr kleiner Durchtritt möglich ist. Eine integrierte Bruchfläche ermöglicht das Trennen des Gussteiles vom Speiser. Weiterhin zählen ein Deckel und ein Oberteil aus hochexothermen FIDEX HD Material zu den Grundkomponenten. Zur Erweiterung des Systems kommen verschiedene Zusatzkomponenten zum Einsatz. Diese lassen sich in das System integrieren, somit können das berechnete Modul und das benötigte Volumen eingestellt werden. Das SCK Speisersystem ist für den Einsatz in Eisen- und Stahlgießereien konzipiert. Für Stahlanwendungen wird ein Unterteil aus einer hochtemperaturbeständigen Rezeptur verwendet. Der Speiserhalsdurchmesser ist dabei der Stahlanwendung angepasst. Das neuartige System wurde durch umfangreiche Entwicklungsprojekte in Kundengießereien in der Praxis getestet und mit Hilfe der Erstachungssimulation verifiziert. Das neue SCK Speisersystem kann für Speisung direkt auf dem Gussteil, aber auch als Seitenspeiser angewendet werden. Das war dasaid aus der Niveau 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 Nive